Willkommen bei der Star Wars Battlefront Beta mit Daulo, Pixelspaar, Scraps, McManus, Sachse. Hab ich noch wenig vergessen? Ne. Ne. Sag mich Flyboy zu sagen, das nehme ich ja übel. Was dauert noch? 30 Sekunden. Ne, ist auch dabei. Was denn jetzt? Matchstudding in 25 Sekunden? Ja, ja. Los. Denken wir an, wir sind Rebellen. Direkt loslaufen. Was ist eigentlich dieser Iron Shot? Da machst du Schaden, der nicht nur Lader ist, sondern auch durch Schilde durch. Ion Shot ist das. Ion Shot und und wie? Okay, den kann man einfach... Du drückst die 2 und dann schießt du. Du hast jetzt 10 Aufladung. Sind alle 10 Aufladung verbraucht, kannst du es nicht mehr benutzen und du musst Aufladung aufsammeln. 10 Ladung? Ich hab 19. Ja, dann hast du mich ja aufgesundet. Auf geht's, komm. Laufen, laufen, laufen. Ich hab ein MG auf dem Rücken, ist da oben, bitte. Ich laufe zum Linken. Geht irgendeiner auch zum Rechten? Ja, ich bin zum Rechten. Okay, gut. Ich bin auch beim Linken. Beim Rechten ist wohl schon ein NP, wenn er eigentlich NP 10 oder 100 Spiller hat. X-Wing. Hab ihn. Hab ihn. Ah ne, das ist ja Kops. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Okay, wir haben links ein Player Shield. Jetzt haben wir links zwei Player Shields. Ich mach mich denn hier nicht hoch, ey. Hier ist ne kleine Kante, ich kann da nicht hoch springen. Wer schießt da auf mich? Auf der? Ja, super. Zu mir kommt ein, äh, ein Walker. Ich hab einen Quad Shield, soll ich den auf... Ah, habt ihr schon. Mhm. Ich bin rechts alleine. Und ich bin tot. Nach rechts. Ich bin rechts. Pass auf, die sind am Linken. Die Linken sind aber sau viele von uns. Okay, dann nicht aufpassen. Ja, aber nicht. Okay, dann schade. Wieder links. Ich bin mal wieder mal ein X-Win. Wer ist denn mein Partner? Pixel. Alter. Die machen immer alle Suizid-Bomber, ey. ATS-T von ganz rechts außen. Ja. Das ist aber verrückt. Setz dem ATS-T gut zu, der ist fast tot. Ja. Da bin ich tot. Ah. Guck mir die Stierwand nicht hoch. Was war da los? Jetzt bleib ich den hier nicht, ey. Super. ATS-T ist down. Ja. Äh. Den anderen wieder aktivieren gehen. Die gehen alle zum linken Point. Ja, die gehen alle zum linken. Ja, ne. Wir haben schon vier Stück. Weiter, weiter, weiter. Oh, wir haben fünf. Wir haben es umy. Oh, nee. Alter, ich habe einen Pflaster zu kommen. Oh, nee. Alter, Schwerer. Ich habe einen Pflaster. Ich habe kein Pflaster. Ich habe einen Pflaster. Ich habe keinen Zeit. Ich habe einen Pflaster. Nein, bei mal rüber da hinten. Okay. Was hat das? Wir sind dran, die sind dran, die sind dran. wir haben ihn wieder kommen wir brauchen noch mehr da geht noch was also am liebsten mindestens zehn leute die sitzen alle auf dem berg kommen jetzt platziert das doch endlich hier ltsd-rechtspixel kannst du nicht abschießen rechts außen kommt auf den großen groß hat er wird abgeschossen AT kommt rein, hat uns, AT ist gleich down, gleich down Er ist ausgestiegen AT down Er ist aber ausgestiegen, oder Matt? Er ist da links Und jetzt bist du tot Wacken ist vorbei Na, nimm den raus Deaktivieren, den rechten Mach aktiviert Nice Luke ist Wow Walker kommt hier hin Die laufen wir schon Nice, wir haben noch einen sehr gut Äh, und die Zeit läuft noch nicht ab, das heißt wir kriegen beide nochmal, wenn die jetzt halten Ja, aber hier ist ein Walker beim linken, ich bin down Ey, beim linken steht an dem einen Berg, da hinten stehen alle 10 Gegner irgendwie Da, wenn da ein Orbital Strike, könnt ihr einen 10er Kill holen Oh Gott, die laufen alle los Ist das nicht proximal, äh, äh, Pomp, wie die aktivität? Äh, schmeißen, wenn da, äh, also wenn da Explosionen rund rum sind, dann... Normale Granate Einer ist mit dem Wings dran Wenn nicht hinwerfen Oh, Alter, okay Jetzt machen wir das Kriegen wir irgendwie, äh, einen Fighter, whatever Seht ihr irgendwo was? Jetzt müssen wir vielleicht Perks suchen Wir schießen auf den Indoor sozusagen, also den der im Feld ist Geht schon los? Nee, 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 noch nicht Jetzt kommen sie gleich Wir müssen jetzt mal ankommen Oh, da ist ein X-Wing, da ist ein X-Wing, du musst da hin Hast du noch genug Zeit? Hat einer anderer genommen, okay, alles klar Und, Leute, jetzt Ab jetzt ist Damage angesagt Ja, ich bin down Haltet auf den Mittleren, also den der im Feld ist Drauf, 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 drauf Ich hab gar keinen Partner Ich bin eben in den Geschütz, sorry Jetzt könnt ihr auch das Ion-Ding aktivieren, ne? Wer's hat Maines zum Beispiel Ja, ich hab's gemacht Alter Alter Alter, ein AT ist auch noch ganz rechts, das ist ein AT Warte, wir haben noch Zeit Hämmert alles raus Ich sag ja, da müssen wir oben drauf sitzen, einfach von oben auf den Boden schießen Nimm die Geschütztürme, alles was geht Nimm die Geschütztürme, alles was geht Nimm die Geschütztürme, alles was geht Ist egal wo eigentlich Einfach drauf Also, wenn ich den Raketenwerfer hab, dann sagt er mir immer auf den Kopf Aber deswegen schieß ich einfach auf den Kopf Hm Ich hab ja noch so ne Broxybomb aber Die macht auch gut Damage an dem Ding Ja, ich versuche mal hinzukommen Passt auf die imperialen Mächte, äh, verschieben nach rechts Oh, die gibt die überhaupt nicht, um uns zu laufen Weiter, Leute Komm nicht mit der Broxybomb ran Alter Mit dem XP Der ist ja down, oder? Nein, das weiß ich aber noch Der letzte kommt jetzt und danach gleich rein in den Hangar Leute Ich war rein in den Hangar, Leute Rein in den Hangar Boah, Alter, ich... Boah, mir direkt vor den ganzen Gegnern Next, ab links Ich hab einfach keinen Partner Ich hab einen Ja, ich war die ganze Zeit im Geschützt, sorry Direkt eingenommen Best Track, Best Track, Best Track Best Track, Best Track Im Hangar sind Gegner Ey, der AT ist fast down, ne? Im Hangar sind Gegner, ja Im Hangar sind Gegner, ja Im Hangar sind Gegner, ja Ich brauch Hilfe Ja, nehmen wir den anderen rein Der andere ist eingenommen Und da ist Darth Vader Und Darth Vader ist tot Die sterben ziemlich schnell, gell? Da kommen die Nails geflogen Ich bin down im Hangar, aber noch haben wir's, oder? Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's Ist ja auch gleich voll War's im Hangar? Ja Einen haben wir schon So, jetzt hab ich aber ne Frage Warum ist die zweite Phase schon so weit fortgeschritten? Keine Ahnung Vielleicht, weil die erste länger dauert? Ist das sozusagen ein Timer? Keine Ahnung Wäre möglich, meiner Meinung nach Ja So lange ging, dass die Zeit schon weiter lief Ich bin Luke Oh Gott Wie sieht's mit dem Hangar aus? Äh, eigentlich noch easy, wir haben den noch Die kommt zwar rein, aber wir können gut verteidigen Oh Gott Weit ist voll Im Hangar Wir müssen den Linken noch einnehmen Hören wir nicht Aber vielleicht hat das Luke Skywalker Neee Die, 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 die Ihr könnt den Linken tappen Alter, ich schletze jetzt gleich Nahkampf auf den AT ein Müssen aufpassen, die wollen unbedingt den Hangar Ja Ich steh grad vorm Hangar und metze grad vier, fünf Scheiß Sechs Oh, jetzt haben sie mich Boah, ich hab da Vorm Hangar hab ich die alle mitgenommen Wir haben uns nicht viel Zeit Wir müssen den Indoor AT irgendwie schnell da und kriegen Kriegen wir noch ein? Läuft noch die Zeit? Zeit läuft noch, also ein kriegen wir noch Ja Weder, weder, weder Weder, 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 weder Okay, los geht's, flammen wir vier Wir gehen wieder auf den, in der Mitte auf den, ne? Gehen wieder auf den Mittler, ne? Pass auf, die Koffer von links Juhn von links Nein, jetzt, genau jetzt Boah, mal im Hangar, ey Und nicht im Hangar Drauf, 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 mach den Damage Ich bin schon dort Du weißt, ganz nach hinten, ne? Du kennst die Spawns Du kennst die Spawns Aktivieren den Ärzten Ich werd nicht sagen, aber die sind ja hier Was ist grad 300 Meter weg von mir? What? Ja, weil die bei uns in der Base sind Ich bin Luke, Leute Ja, wir müssen den anderen noch einnehmen Wir brauchen die Points Hm Der andere Uplink ist noch nicht Nein Ich bin dabei Wir sind alle unterwegs nach drüben Oh Gott, hier hagelt's nur Da können wir noch den, äh, ETSP Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Rechts, ich bin da mal Komm, der AT hat noch 75 Versucht, wo ist der AT? Rechts Wer stehen bleibt und den schießen will, kommt in Orbital Der ist so schnell Der AT ist vielleicht down, der AT ist vielleicht down Der ist ausgestiegen Der ist down, der ist down, der ist down Der ist ausgestiegen Der ist ausgestiegen Der ist down, der ist down, der ist down Der ist ausgestiegen Der ist ausgestiegen Der hat aber nicht Der hat aber nicht Der hat aber nicht Der hat aber nicht Alles noch uns Oh nice Noch einen bekommen Der moshing Der hat mich erwischt dann können wir das vielleicht sogar ohne schaffen ja weder kommt nun zum rechten auto hat so ein pampers weiter das ist der wichtige das ist der wichtige ja okay kann ich jetzt schon aufpacken muss aufhalten nicht wie wir aktivieren das dann wird das schuss ihr müsst auf den rechten aufpassen weil das tot am rechten ist jetzt sagen sind die drogen ist er tappt jetzt in rechten der rechte wird getappt ein rechter eingekriegt recht ist noch aktiv link ist auch noch aktiv 80 ist Wo? Rechts. Einen Sniper ist down. Das werden jetzt die letzten sein. Oh, der Ende geht noch durch. Jawohl, wir kriegen noch mal zwei. Acht Stück, wenn wir es jetzt halten. Aha. Ihr nehmt also Battlefront auf. Da kommt der Rigsliste. Bei dem Mitten in der Aufnahme? Ja. Geht's los? Warte, der letzte läuft durch. Ja, geht's gleich los. Hat einer so einen Pampers-Fighter? Ja, aber wie? Die Mochitas. Jetzt sitzt ich nicht mehr in einem Turm drin. Jetzt sitzt ich nicht mehr in einem Turm drin. Erst wenn die Y-Wings kamen. Shit, Tauto hat den rechten Pampers-Fighter gehabt. Äh, AT, 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 wir müssen den AT. Der AT ist am rechten. Ist egal, ist jetzt eh vorbei. Die Y-Wings kommen jetzt. Der AT rechts ist down. Nice. Gleich kommt der Schuss. Damage, Leute! Jetzt, kommt schon. Ah, nein! Ah, ich bin in einem AT-Kirast. Ich seh einen der Pampers-Fighters, 50 Meter. Ah, verdammt nochmal. Lass mir den bitte. Komm, Dude, lass mir den. Lass mir den. Nein! Oh, du Fall! Irgendwo. Wer ist das? Starfire! Unser schlechtester Mann. Nimmt den. Okay. Damage. Damage. Nicht mehr viel. Oh, das wird so eng. Das wird nix. Ne. Wir brauchen den Fighter. Wer hat ihn denn? Das kann doch nicht wahr sein. Da fliegt einer drauf zu. Ist an den Beinen dran? Nö, natürlich nicht. Der schießt nur. Dann ist das Ding zum Schießen. Hat er zwei schöne Raketen. Ich sitze jetzt in einem Turm drin. Ich werde aber auch hier gut geschossen. Der Pampers-Fighter rechts spawnte wieder. Komm, Leute, drauf! Hau raus! Das sind fünf Sekunden noch! Ja! Ja! Gewonnen! Wow! Das war geil! Alter, war das knapp! Ja, das war echt knapp. Leute, das war jetzt eine schöne Verteidigungsrunde. Wir haben es sogar geschafft. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Und wir sehen uns bei uns. Heut ein bisschen überzünder Typ! Tschüss! Ciao! Tschüss!